Ich habe eine Chaos-Emeral gefunden. Nicht es kümmern! Was? Was ist das? Ich werde diesen Mann beziehen. Ich bin bereit. Ich kann ihn nicht näher ranholen, aber wir können näher rangehen. Das ist ein Unterschied, Shadow. Im letzten Part sind wir in die Zukunft gekommen und haben herausgefunden, dass wir uns ja in der Zukunft befinden. Und haben dann auch Sonic und Co. eingeweiht. Oh, jetzt... Ja, okay. Und zwar oftmals knapp. Deswegen haben wir nur noch drei Leben. Aber da ich jetzt den Bosskampf kenne... Ja, ja. Sollte das eigentlich funktionieren? Komm, erschaffen wir noch ein paar Plattformen. Jetzt nochmal... Crisis City war größtenteils dieselbe Stage. Dasselbe gilt für Flame Core. Aber stellenweise wurden da noch ein paar neue Abschnitte hinzugefügt. Deswegen alles okay. So, wie machst du das am besten? So war eine Möglichkeit, ne? Aber der hat so lange gebraucht, bis er dahin ist. Da ist die Leuchte wieder ausgegangen. Deswegen mach ich nochmal die an. Das ist nur die Frage. Welche nimmt er sich jetzt zur Brust? Die linke brennt noch. Nimmt er die rechte? Tatsächlich. Und du kriegst auf die Ömme. Das war Treffer Nummer eins. Und wir haben auch Omega getroffen. Ihr wisst schon. E-123. Bekannt aus Sonic Heroes. Der E-102 aus Sonic Adventure. Ziemlich ähnelt. Ich bin immer noch der Meinung, wenn E-102 nicht vernichtet geworden wäre. Beworden wäre? Nicht tot wäre. Tot ist auch blöd, weil es ein Roboter. Jedenfalls, dann wäre E-102 weiterhin der Mann der Stunde gewesen. Aber da mussten sich halt neun ziemlich ähnlichen Roboter einfallen lassen. Und ja, dafür haben wir jetzt E-122 Omega. Aber der war deaktiviert in der Zukunft. Stellt sich auch die Frage. Hat er auch eine Zeitreise gemacht oder hängt er seit 200 Jahren da ab? Naja, wir werden es rausfinden. Und übrigens, Shadow hat sich ja umgedreht, nachdem die Raumzeitspalt offen... Stimmt. Hä? Nachdem die Raumzeitspalt offen war. Was es damit auf sich hat, wollen wir herausfinden und werden es herausfinden. Sobald wir hier Iblis destroyed haben. Da können dann die ganzen Helden wieder in die Gegenwart zurückreisen. Und? Perfekt. Wie ein kleines Hünschchen, das man mit dem Knochen anlockt. Also, wie ihr seht, wenn man das Schema hier erstmal raus hat, und das haben wir... ...dann können wir Iblis auch gut besiegen. Den alten Saftsack. Aber wie es damit Shadow weitergeht, das ist mir unklar. Das Zukunftsszenario, das war verständlich. Also wir waren schon in White Acropolis und in... What the... Okay. Hm, ich kriegst es doch nicht, du. Da musst du schon früher aufstehen. White Acropolis und hier... Dings, Dings... Ach, äh... Wie heißt das denn? Ach, ich weiß nicht auf dem Namen. Boom. Ja, Kingdom Valley. Kingdom Valley. Da waren wir auch schon mit Shadow. Ich glaube nicht, dass sich das wiederholt. Wahrscheinlich gehen wir dann zuerst zu Wave Ocean. Wäre zumindest mal dran. Ich glaube... Ich glaube, dass, äh, Silver und Shadow nicht alle Orte besuchen, die auch, ähm, Sonic besucht. Komm, nimm dir das Ding vor. Wenn nicht, machen wir das noch an. Oh Mann, ey. Und hier sind keine Ringe. Ich geh erstmal Ringe holen. Warum sind die so weit weg? Verdammt. Da ist die Plattform kaputt mit den Ringen. Geil. Das hat Priorität. Ah, jetzt zu sterben wäre irgendwie ärgerlich. Dann lass das halt erstmal gut sein, da. Okay. Hier, dann kann ich die einkassieren. So, jetzt machst du das bitte an, da. Wäre cool. Shit. Boah, bei der Homing Attack weiß man nie so genau, wo der landet, weil der so hektisch in dem Spiel ist. Geil doch schon für Sonic. Umso merkwürdiger, dass es ja gut klappt hat bei Sonic Adventure 1 und 2. Aber egal, komm, ich schweife aus. Du greifst jetzt bitte mal deinen Bommel an. Ach, nee, oder? In dem Moment, oder was? What the hell? Okay. Hilft alles nichts. Er versucht ein bisschen auf schlau zu machen. Und zieht voll in die falsche Richtung. Da verschränkt unser Shadow nur die Arme. Und die Beine. Wollte grad sagen. Warum kann ich mich jetzt nicht bewegen? Nicht schön. Wow! So, das machen wir jetzt mal an. Das wird zerbrökeln. Und dann machen wir das hier vorne an. Oder greift das direkt an? Was zum... Okay. Meine Herren. Ich hab gedacht, er stürzt sich auf uns zu. Obwohl der Ball an ist. Das war aber eine Fehlvermutung. So, letzte Runde. Können direkt nach vorne. Das machen... Ach, okay. Vergiss es. Das Komische ist ja, eben grad haben sich doch die Plattformen wieder erneuert. Wow! Warum nochmal? Sammeln nur mal zwei Ringe. Das wird noch knusprig hier. So, jetzt gehen wir hier hin. Wir rennen schon mal zum Anderen. Weil er sich entschließt. Falls das zu lange dauert. Fragt sich nur, wie lang der benommen wäre, ne? Aber wir haben es geschafft. Was für eine Erleichterung. Shadow hat's geschafft! Yay! Okay, Iblis ist besiegt. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich glaube, da kommt Omega. Ich würde es vermuten. Ich weiß es nicht mehr. Ich würde es vermuten. Wer sonst? Silver und Blaze sind schon in der Gegenwart. Okay, okay. Wir finden es jetzt heraus. Chaos Control! Shadow, Shadow! 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 And he doesn't have a Chaos Emerald anymore. Agent Rouge! Report your status immediately. Have you retrieved the Book of Darkness? Well, I'll provide a full report shortly. Right now, I have a priority situation to deal with. I need to contact E-123 Omega immediately. Okay, wir sind mit Rouge in Tropical Jungle und ich frag mich einfach nur, was zur Hölle? Wir werden wohl noch erfahren, was Shadow da treibt, ganz alleine, mit Mepheles. Zur Hölle, wohin? Was ist mit das hier jetzt? Ich muss euch auch nicht alle besiegen. Wie sehe ich denn aus? Omega? Omega, wo bist du? Boah, wir waren schon versunken im Wasser. Ähm, okay. Erzähl mir irgendjemand, was ich machen muss. Ja, Omega finden. Aber, 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 aber. Aber, der wird doch nicht irgendwo rumstehen. Gut, ich versuche mal so weit wie möglich nach hinten zu kommen. In die Richtung. Was ist das hier für eine Mission? Viele Roboter. Everywhere? Everywhere? Ich habe keine Ahnung. Sag doch mal, was ich tun soll. Alde. Das ist dein Tipp. Danke für deine Hilfe. Das hat man schon fast gedacht. Vergess nicht zu atmen, sonst stirbst du. Ich probiere es mal hier hinten. So weit möglich weg vom Startpunkt. Was kann ich sonst tun? Ähm, 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 ähm. Da oben ist eine Münze. Ey, voll Orientierungsverlust, ne? Wo muss ich überhaupt hin? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da haben wir auf Bomben. Das ist aber so lahm. Dass die dich treffen werden. Fräulein Rouge. Negativ. Hier gibt es keine, ähm, Checkpoints gerade. Das heißt, wenn mich da einer erwischt, richtig brutals, dann gehe ich baden. Ich kann weiter. Höre ich schon das Ziel, oder bin ich mit... Das wäre ein komischer Level. Hä? Jetzt kann ich Rang essen, weil ich so schnell war. Mal sehen. Ach, nicht übel. Vor allem ihre Pose. Haben wir jetzt Omega gefunden, oder was? Let's find out. Rouge the Bat. Schöne, 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 Schöne. Situation, okay. Was würde ich tun? Was würde ich machen? Take this and deliver it to Shadow. System reaktivation countdown initiated. Backup power source. Spare magazines secured. Command program priority changed. New mission Shadow support. External access no longer permitted. Confirmed. Ich spiele. Ich spiele. Du hast dich entschieden, um deinen Reaktion zu verlassen, nicht wahr? Warum bist du hier? Hast du diese Welt verloren? Die Antwort ist ja und nein. Vielleicht ist es besser, dir zu zeigen. Ja, das ist du. Nachdem der Welt verletzt wurde von Iblis' Flames, was hast du? Eine Suche für die Schuldigen. Wer hat das getan, kannst du fragen? Humanität war nicht nur glücklich von Iblis, sie fühlten sie es. Sie benutzen diesen Inziden für eine Begründung, um dich zu schrauben. Ich bin mit mir, Shadow. Ich bin mit ihm zu schrauben. Ich bin mit ihm zu schrauben. Es ist nur fair, dass du zurückgebracht hast, was du für dich zu tun hast. Du hast alle recht, die Justiz zu wollen. Das ist absurd. Ich bin mit ihm zu schrauben. Alles, was du willst, kannst du es alleine machen. Du schraubst die Menschheit diese Folly, dann? Ich bin mit ihm zu schrauben. 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 Wie ist es für dich zu schrauben? Ich bin mit ihm zu schrauben. Ich bin mit ihm zu schrauben. Ich weiß, wer ich bin. Du Schande, was ist denn hier los? Ich bin gar nicht geheuer. Zu aller erst mal wollte ich sagen... Was ist denn hier los? Das Omega... Zum einen ist es natürlich cool, dass er sich jetzt halt nur für 200 Jahre deaktiviert. Aber Omega ist nicht mehr so cool, wie er mal war. Man beachte hier Shadows Schatten. Was ist denn das? Sind das alles deine Shadows, oder was? Mein Freund, du bist wohl sehr potent. Ne, ähm... Das ist so glücklich. Okay. Wie besiege ich mich selbst? Es ist egal. Dann mach ich es endlich mal. Kann mich jetzt. Kann mich gerade. Irgendwie so ein cooler Boss. Schatten lenken. Aber die halten fest. Seinen eigenen Schatten besiegen. Geile. Das ist keine Macht. Es muss natürlich irgendwas damit führen. Na komm, gib mir den Tipp, Mann. Oh. Oh. Ja, pass mal auf. Oh. Oh. Schnappt euch das Ding. Ja, mich halt immer mehr lässt, ähm... Vielleicht muss ich so viele besiegen, dass ich die Leiste auffülle. Das wäre ja irgendwie leer. Ich hab mich verfreit. Na, dann besiegen wir mal so viel, dass die Leiste aufgefüllt ist. Guck mal, da hinten sind andere Kreaturen, oder? Ne. Das waren dieselben. So, da hauen wir einfach mal in die Handmenge. Handmenge. Oha. Wollt ihr es echt wissen? Ich krieg's voll. Und wenn ich dann meine Energy habe... Dann, dann könnt ihr was erleben. Geile Mutke. Saugeile Mutke. Da, 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 da. Boah, ist keinem voll. Na komm, schau. Schleich haben wir's. Jetzt kann sich nur... Regen gesammeln trinkt auch was? Irgendwie nicht. Vielleicht ist es soweit, Leute. Mal sehen, ob das was bringt, dieser Special Move. Wenn nicht, dann bin ich hartlos. Und... Let's go! Und jetzt... Kannst du dran glauben. Raffel us. Und wieder mehr. Und wieder mehr. Omega. Jetzt ist das Zeitpunkt. Ich werde helfen. Shadow. Wer hat mich gefordert? Das ist geil gemacht, Tim. Okay, wir müssen aber erstmal zusehen, wie wir mit Omega steuern können. Das ist wie damals. Wie in Sonic Heroes, okay. Also wie damals. Sonic Heroes war gerade zwei Jahre her. Aber wir können aber Mephylus direkt anvisieren. Ist gut. Er verliert der Energie. Wir haben nur seine Energieanzeiger. Ja. Also nicht unmöglich, einfach nur cool. Aber zu viele kleine da. Trifft nur den. Oh! Das Marsch die ganze Zeit. Ja, Omega ist ein bisschen sehr... Ich wollte schon Pölzern sagen. Metallisch sehr langsam und so. Ich hätte da gedacht, das hätte sich angehört wie Eggman. Was ist das? Los in der Ring einsam. Ah, das geht schon klar hier. Einfach Dauerfeuer. Das ist ja... Der Schatten des Schattens ist rasiert. Me take this. War das schon alles? Okay. Bäm! Das ist ja schön. Ja, geil gemacht irgendwie. Nicht besonders schwer, sondern einfach nur geil gemacht. Schöne Atmosphäre. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich werde mir die Chaos Emerald gebracht. Na, Matt, da bin ich ja beruhigt. Mephilus! 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 Er ist nicht mehr hier. Ich werde ihn beurteilen. Haben sie einen Outtake nicht entfernt, wo er quasi sagt, hey, komm, Omega, äh, begib dich jetzt, oh, scheiße, okay, nochmal, begib dich jetzt dorthin. Haben sie es so im Spiel gelassen? Ich hoffe, ich finde die Stelle. Das muss mit, äh, einem Shadow passieren. Aber ist noch was? Ah, da komme ich jetzt so einfach nicht. Amit Rouge treffen, am besten hier drin. Hallo, da bist du ja. Hi. It seems like Eggman's machines are looking for you. What did you do this time? Nothing. Their target is probably Mephiles. What is Eggman up to? Who is Mephiles? I'm gonna ask him directly. Hey, wait a sec. I can handle this alone. You keep track of Mephiles. Hmm, he finally shows up again, and then he leaves before even saying hello. Well, it seems his little trip hasn't changed him. This is Rouge. G-U-N-H-Q? Yes. Pull all available data on an item called the Scepter of Darkness for me. The Doctor is traveling by train. Shoot. I've got to get to the station. Also, ich finde, das hat so ein bisschen Sonic Adventure 1-Style momentan. Also, ähm, ja, geh irgendwo hin, hör dir das Sklaver an, geh woanders hin, hör dir der andere Sklaver an, und dann geh woanders hin, und dann kannst du irgendwann mal wieder ein Level spielen. Und das machen wir mit Radical Train. Scheinbar verfolgt Shadow, ähm, Eggman auch mit dem Zug. Hmm. Freunde, dann werde ich reinspringen, und der nächste Part beginnt direkt mit dem Level, oder wenn eine Zwischensequenz kommt, dann mit der Zwischensequenz. Auf jeden Fall bedanke ich mich heute fürs Ansehen. Ist ja einiges passiert, also eure Meinung zu dem Zeitreise-Kram. Ähm, viele haben auch gesagt, das wäre unplausibel, die ganzen Zeitreisen. Ähm, das Einzige, was ich bislang, ach, dass sich Eggman nicht gewundert hat, dass Sonic wieder da war. Weil er hat ja Sonic quasi irgendwo in die, ähm, der Zukunft geschickt, und auf einmal war Sonic wieder da, und Eggman hat sich gar nicht gewundert. Das war, naja, kann man so sehen. Aber vor allen Dingen, dass er einfach so mit den Chaos Emeralds in eine beliebige Zeit reisen kann. Aber ansonsten finde ich es plausibel, auch gerade in diesem Part hier mit Omega und so. Na gut, war schon ein Risiko, 200 Jahre einfach mal so abhängen in der Ecke. Aber Freunde, das war's für heute, und Daumen hoch nicht vergessen, wenn's gefallen hat, und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!